Wenn du noch etwas Spezielles mit dir machen möchtest, musst du mir noch den Dance beibringen. Oh, den Dance! Hast du eine legendäre Bauchtasche dabei? Normal, Bro. Er hat die Bauchtasche dabei. Du brauchst den Cap. Er hat schon den Cap. Zweiter Step. Das Bauchtasche. Bauchtasche, so. Dritter Step. Oh, Brille. Brille, okay. Und die läuft nicht. Vierter und letzter Step. Ja. Also nein. Dann kommst du der jetzt noch. Der. So. Nackenfüsse. So machen. Aufwärmen. Wir sind ready to go. Weisst du? Dann hängst du so. Du weisst du eigentlich nur. Du machst den. 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 Aber gehst du so von unten hoch? Ja. Oder mach... Also du hast jetzt immer so einen Flow, weisst du? Ich muss trainieren über dich. Was macht's? Du kannst ja so machen. Eine Ufe. Eins, zwei Ufe. Du kannst auch laufen. So. Okay. Das wird jetzt schwierig, Alter. Nachher mit dem. Du kannst auch den machen. Du kannst swingen. Du kannst den. Du kannst den machen. Ja, der. 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 Komm. Mach mal, mach mal, mach mal mit Sam. Ja, mit Sam. Ich sch′sch. Bis zum nächsten Mal. Wie ant sondern ja. Was sch′sch. Ja, ja, ja. Wie antwortet. Du bist seit 10 Jahren. Es ist erst 10 in deine Freundin schon am Anstalt. Es ist erst 10 in deine Freundin schon am Anstalt. Es ist erst 10 in deine Freundin schon am Anstalt. Das war crazy! Was ist das? Darf ich die Buchtasche mal bereisen? Das ist der Trick. Ohne das geht es. Ohne das geht es nicht. Ohne das geht es nicht. Okay, Brille noch. Nacken küsse. Zumachen. Ich mache schon ein Zander für dich. Okay. Jetzt kommt es mal fertig. Hey! Okay. Hey! Das ist gut. Sehr gut. Mit dem Küsse macht es wieder. Machen wir es auch mit der Seite? Okay, es läuft. Es läuft. Sehr gut. Okay. Hey! Ich schau gleich mal mal. Hey! Hey, du hast jetzt den Kanton? Nee, ich weiß nicht. Zsp, dein Kleppes noch so. Ja, ja, ja. Du weißt gar nicht mehr, und du ganzst faszin? Du ganzst faszin? Das ist richtig. Ist das schon früher so ein Ding gewesen? Ja, ich habe einen ähnlichen Tipps, den ich immer im Ausgang gemacht habe. Keine Ahnung. So, alle waren von Freis gemacht und echt so... Ja, früher habe ich immer... Und dann habe ich so... Dings mit dem Küsschen und dem... Küsschen und dem Bauchtaschen. Das habe ich gemacht. Ich war in Thailand. Und dann habe ich den Kollegen rufen, nachdem ich in Thailand war. Und ich habe so einen Witz gemacht, so wie... Weil ich ihn das erste Mal getroffen habe und einen Tag danach zurückgekommen bin. Als wäre ich gerade vom Flugzeug gekommen, weisst du? Und dann habe ich den angelegt, die Sonnebrille, Bauchtaschen... Ja. Haben wir uns getroffen, am Bahnhof. Ja. Da habe ich uns ein Ahoi gesagt. So am Lachen, weisst du? Dann haben wir spontan das erste Video gemacht, tatsächlich. Ja. Voll. Crazy. Das war das erste Video. Ja. 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 Cho Ha